Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen. Ab ins Sonnenparadies Christlum am Achensee, mitten in der Tiroler Bergwelt. Nur eine Stunde von München entfernt. Genießen Sie das einzigartige Panorama, die Vielfalt der Abfahrten von Kinderwelt bis Profistrecke, kulinarische Schmankerl nach einem aktionsreichen Skitag, topmoderne Liftanlagen und kostenfreie Parkplätze direkt am Lift. Christlum, das Sonnenparadies im Karwendel.